Osterhasen Weihnachtsmann Ich habe jetzt Kokosraspeln da, getrocknete Himbeeren und Mandelstifte Und wir legen los Zur Schokolade hinzu kommt noch ein bisschen Palmin-Kokosfett Das rührt ihr nachher unter die geschmolzene Schokolade, bis es sich ganz aufgelöst hat Ihr kennt vielleicht, das Ei ist konfekt Schokolade, die sich im Mund anfühlt, als würde sie kühler werden Das kommt durch das Kokosfett Das schmilzt nämlich schon bei Körpertemperatur Und wenn wir das unter unsere Schokolade einrühren, haben wir diesen gleichen Effekt Auch bei uns Ich habe jetzt zwei verschiedene Arten von Silikonformen da, für die Schokolade Man kann sie aber auch auf einem Backblech, das ausgelegt ist, mit Backpapier dünn verstreichen und erkalten lassen Und kann somit Bruchschokolade erhalten Ich schmelze jetzt die Schokolade nicht im Wasserbad Ich benutze dafür die Mikrowelle Ich habe sie jetzt eine Minute drin gehabt, auf höchster Leistung Und werde einmal durchrühren, um zu schauen, wie weit sie schon ist Sieht schon ganz gut aus Kann aber noch mal gut eine Minute rein So, wir schauen, wie weit sie jetzt ist Das sieht doch gut aus Einfach immer weiter rühren Und wenn die Restwärme da drin sorgt dafür, dass auch noch die restlichen Brocken schmelzen Ich gebe nun einen 25-Gramm-Block vom Palmin hinein Und rühre das mit unter Ihr braucht dazu Geduld Bis sich alles aufgelöst hat Immer schön weiter rühren Ich würde euch raten, die Schokolade nicht zu heiß zu machen Sondern lieber Geduld beim Rühren zu bewahren Denn sollte die Schokolade zu heiß sein Beim Verarbeiten kann sie, wenn sie abkühlt, grau werden Und einen grauen Schleier möchte niemand Wie viel von dem Palminen Kokosfett ihr nehmt, bleibt euch überlassen Ich würde euch aber raten, erstmal niedrig zu dosieren Und leicht mit etwas weniger anzufangen Und zwischendurch mal abschmecken Ob es euch zu viel ist Oder reicht Wenn einmal zu viel drin ist, kann man es nämlich leider nicht mehr rausholen Nun werde ich versuchen, vorsichtig Meine Förmchen zu befüllen So, wie ihr seht, alle Förmchen sind gefüllt Ich werde jetzt nur noch die Stiele In meine Schokololis hineinfügen Schön eintauchen Ich habe den Rest Schokolade auch hier verstrichen, weil es war viel zu viel Schokolade, die ich hatte Ist auch ein riesengroßer Osterhase Die Qualität der Rest der Schokolade, die dabei rauskommt, hängt ganz davon ab, wie hochwertig die Qualität der Ausgangsschokolade ist Also je hochwertiger die Schokolade ist, desto besser schmeckt es Dann werde ich ein paar Himbeeren verteilen Wo ich sie gerne drin hatte So ein paar auf die Schokolade verteilen Dann machen wir noch eine Reihe Ich tunke sie am besten mit dem Stäbchen ein bisschen ein Sollte die Schokolade ein bisschen oben rauskühlen, macht das nichts Das kann man nachher wunderbar essen Dann als nächstes werde ich ein paar Kokosflocken verbrauchen Und natürlich auch ein paar Mandelstifte Was ihr reinmacht, ist ganz euch überlassen Ob ihr überhaupt etwas reinmacht Es können auch Zuckerperlen rein Ihr könnt M&M Smarties nehmen Jede Art von Nüssen Getrocknete Früchte eignet sich dazu Ihr könnt auch mal versuchen, eine ganz eigene Kreation zu machen Vielleicht wollt ihr ja Chips reinhaben oder Chilis obendrauf Lasst eure Fantasie frei im Lauf Es sollte nur nachher essbar sein Das Ganze lassen wir nun schön abkühlen Erstmal außerhalb vom Kühlschrank Damit sich eben kein grauer Schleier bildet Und solltet ihr merken, dass es schon langsam hart wird Dann könnt ihr es in den Kühlschrank stellen Viel Spaß! So sieht nun meine fertige Schokolade aus Die Lutscher Teils ohne Füllung Teils mit Füllung Die Schokopralinchen, wo man hinten erkennt, welche Füllung sie haben Und natürlich die viele Bruchschokolade Eignet sich auch wunderbar als Geschenk Zum Verschenken, zum Valentinstag, zum Muttertag Oder einfach, um jemandem eine Freude zu machen Leckere Kalorienbomben Ciao! 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 Ciao!